Einen wunderschönen guten Morgen, Metagodder, Abend, Leute! Ich habe einen Goldrang erzielt, obwohl ich gar nicht mehr dran geglaubt habe. Fuck yeah! Wow! Das... Ich hätte es nicht... Ohne Scheiß, ich hätte es nicht gedacht. Ich hing kurz vor Ende der Mission, hab noch ein bisschen Schaden reingekriegt und dann hing ich hier gerade fünf Minuten so na, ist doch kacke und du hast keinen Bock, das zu recorden und... Beziehungsweise du hast keinen Bock, das neu zu starten und bla... Alles blöd, alles mies. Ich hing hier so, boah, du machst jetzt noch die Mission fertig und dann gehst du in den Knall. Und actually... Wow! Okay, jetzt machen wir doch ein Part. Fuck yeah! Denn wie ihr... Schaut, hier, zieht euch rein. Ich habe über 4200 Damage gekriegt und... Fuh yeah, es ging noch. Wow! Okay, cool. Das... Jetzt bin ich gerade so richtig... Nevermind. Ähm... Ich habe auch... Keine Ahnung, es war halt so, ich habe mit Zelda gegrindet, dass sie schön auf 155 ist und hatte leider immer noch keinen Legendärstatus. Ich habe einfach keine 25.000 Rapier bekommen. So, bäh. Egal, alles, alles vergeben und vergessen. Ich, äh, ich habe das Spiel wieder lieb. Das, boah. Vor allem, das war, das war so ein Statist, weißt du? Der haut mich und dann ein Herz Damage und... Bäh. Bäh. Bäh war das doof. Egal. So, okay. Alles klar. Cool. Dann holen wir uns jetzt das hier, so komplett stressfrei. So ein Strahlentau, den wir uns verdient haben. Wir können uns komplett, komplett an den Plan halten. Ist voll geil. Finde ich richtig Porno. Klick, so eine Bombe da drauf. Und, äh, siege das Riesenmonster in den Ruinen. Ghirahim ist zwar noch nicht 150, aber hier brauchen wir ja nur wirklich nur einen Bronzerang. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Finde ich voll okay. Nicht mal genug für einen Erfahrungstrunk. Dann, äh, woran arbeiten wir denn heute? Das sieht schon mal nach einer ziemlich geilen Grundlage aus. Irgendwann angefangen 25k. Aber ich habe sogar schon einen Legendärstatus in der Karre da. Okay. Das heißt, den kann ich hinterher einfach da rein übertragen. Das ist sehr sweet. Das heißt, im Gegenzug... Ich brauche ein bisschen was zum Leveln. Der sieht toll aus. Erfahrung plus... 4000. Voll okay. Andere Spieler, die die Online-Funktion nutzen, erscheinen als Link in einer anderen Farbe auf der Karte. Gewinne die Schlacht, um ihnen zu helfen. Ich habe gerade die Idee bekommen, ihr könnt mich auch ganz einfach adden. So, wenn ihr das Game genauso spielt wie ich. Äh, damit ich endlich mal eure Online-Links, äh, bearbeiten kann. Und euch vielleicht helfen kann. Weil es gibt immer diesen 50.000-Rubine-Bonus, wenn wir gleichzeitig online sind und ich das tue. Nö? Okay, dann lass uns doch mal sehen. Wie sie gefällt, Pyroma, der Boote, dein Hauptquartier. Kenne ich auch irgendwoher? Schön... Doof, dass die uns noch nicht zeigen, wohin die Booten unterwegs sind. Ja, dann zeig mal her, den Shit. Bam! Jawoll, okay. Gira heben on the run. So, wohin wollen die denn? Zeig mal. Okay, ich bin, denke ich, schon beim richtigen. Der andere hat zumindest keine feindliche Festung im Weg. Voll okay. Voll okay. Meine kleine Armee of Darkness und Doom and Shit-Priority. Los! Wahrscheinlichkeit für einen Sieb. Wieso, keiner verträgt schon mal. 75% URS! Yeah. Hallo, Herr Boote. Bam. Oh, fuck you. Ich hasse... Deswegen hasse ich die behinderten Feuergeister-Eimer-Terrasus-Bällchen von den Nachtschwärmern. Gehen gar nicht. Oder von mir aus Frost-Nachtschwärmer. Dann sind das halt blaue Bällchen. Und sie sind halt anfällig auf Feuer. Oh, what? So. Stimmt, im normalen Nachtschwärmer-Bällchen wie Lila. Hey! Nein, das Feuer ist Lila. What the shit? Dreckige Mistviecher-Neokreation des Spiels. Teil. Und kann der Boote sich jetzt mal bitte auf die anderen... ...auf seinen Weg konzentrieren? Aber der andere ist, ohne dass ich was getan habe. Shit, 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 shit. Ach, der hat nur die Bällchen abgeschossen. Ich habe da befürchtet... Ich habe befürchtet, er würde sein behindertes Feuer da spucken. Und das macht ja Schaden. Sau. Ich meine, klar. Wir brauchen nur ein Horst-Rat. Yay. Aber... Goldrank ist halt, der halt schon schöner. So, ne? Ein bisschen Ehrgeiz, ein bisschen viel. Habe ich ja irgendwo. Und warum... So eine Scheiß-Hölle habe ich den Knackpunkt? Und sämtliche Truppen dieser Fuck-Karte bitte hier oben. Ich meine, yay. Cool. Klar. Der andere Bote scheint es von alleine zu schaffen. Können wir mal eben gucken. Ne. Natürlich nicht. Da habe ich gleich auch mal hin. So. Kannst du jetzt bitte mal deinen Arsch bewegen, Herr Bote? Lauf, du Sau. Ja. Dange. Dange, 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 dange. So. Lappen. Was jetzt mit dem anderen? Dein Bruder. Er ist genauso ein Lappen wie du. Schmock. So. Volle Kanne. So. Way. Ernsthaft, Leute. Lass noch mehr Boten. Okay. Wir, äh, stingen unseren Way jetzt erst mal through und, äh... Schmock. Doppelschmock. Bam. Ich weiß so viel aus, wie du willst. Locker. Boom. Next. Lockeramt. Feuer. Sehr schön, das Teil. Dass das nicht für zwei Angriffe reicht. Also, Schnellangriff ist definitiv meine Lieblingsfähigkeit. Ich denke, äh, das würde damit auch funktionieren. Vollgas nicht drängen. Äh, 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 rotz mir ins Gesicht, du Arsch. Die Rehme sieht vielleicht so aus, aber er hat nie eine solche Interesse bekundet. Okay. Keine, keine Vorurteile oder Klischees hier. Nicht heute, nicht in dieser Folge. Nice, sir. Das, äh... Werde ich mir jetzt zu verbitten ist. Drecksviecher. Drecksviecher. Willst du noch? Willst du noch? Stirb! Du und deine verdammte Sippe an Flatter-Bettlaken-Hemden, die noch nie gewaschen wurden. Bam, bam, bam! Bam! Das ist echt eine super Attacke mit diesem Kanal. Und wie soll ich's nennen? Destiny-Bound-Dings. Schicksalsband. Pokémon-Lore und so. Ja, das ist der Mann auch so... Meine Haupt... Der Mann ist so das einzige Skript. Mein Hauptquartier droht zu fallen. Das ist Kacke. Und Volga ist so bedränglich. Und kann der Bote hier neu durch. Weil wenn der stirbt, bin ich auch am Eimer. Lauf, du Sack! Schütz das Hauptquartier mit allen Mitteln. Dann geh doch. Geh doch einfach hin. Ja, ja. Ist ja okay. Ich lauf schon. Was war's? Gefallen. Geflohen. In Gefahr. Mächtige Truppen. Leckt mich am Arsch. Leckt mich einfach am Arsch. Alle. Danke, dass der Bote das Ziel endlich erreicht hat. Was ist jetzt hier kaputt? Meins. Es sind bei allen beiden Booten und beim Hauptquartier nur so viel Shit können Piroma und Volga vielleicht endlich mal... Ich weiß, dass ihr lappig und von Sia unterdrückt worden seid. Aber das ist doch jetzt echt zu viel, ja? Du genauso! Du blödes Hemd! Schmock! Viel zu viele kleine Mistviecher. Überall! Penner! Viel zu viele kleine Mistviecher, habe ich gesagt. Eskortiert. Ja! Lass mich doch mit dem scheiß Booten in Ruhe jetzt. Nein! Lass meine kleinen Mistviecher in Ruhe. Ja, Volga, mach endlich mal. Ja, komm, juck alles weg, Junge. Mist, Drecks Balgen, Alter. Da! Ist jetzt alles okay, oder was? Wir siegen den feindlichen Feldmarschall. Fuck yeah! Ist okay so hier. Ey, ich hab's doch gerade gesehen. Die verdammte HP-Leiste von meinem Hauptquartier ist schon wieder runtergegangen. Warum? Warum? Da ist noch was mit HP-Leiste. Deine Minions! Deine scheiß Minions! Dammte Kacke, Mann! Es wird der Nächste! Ich glaube, es hackt! Interrupt! Verdammt nochmal! Das ist mir nicht. Nein, 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 nein! Nein, du verliebter Penner, Mann! Hat der wieder fast! Ja, Volga! Kinsale! Diese ganzen kleinen, dreckigen Minions! Können die... Können die... Oh, und meine Soldaten stehen hier rum, wie blöde! Das ist... Lappen! Unfähige Lappen! Steht nicht einfach so rum, keine Ahnung, macht hier irgendwie ein Viertelteil oder wo. Da, der... Der ist ein scheiß Magus, der beschwört hier alle. Fuck, Alter, jetzt bin ich in richtiger Putsituation. So, der ist down. Ich muss hier raus, damit er mich direkt wieder in meinem Hauptquartier beschwört. Ich muss jetzt einfach darauf vertrauen, dass die Jungs da diesen letzten Fitzel-HP vom Hauptquartier beschützen. Mit dieser scheiß Magus. Ihr kriegt das hin, Leute! Ich glaube an euch, dass ihr an mich glaubt, damit wir alle an uns glauben. Believe in the me that believes in you and way and... Piercing the heavens! Bitches! Weil... Mr. Magus... Ich hätte da, äh... Ich hätte da ein Anliegen, das keinen Aufschub duldet, da meine Firma leider ein wenig von ihnen... ...gearscht wurde! Ich hätte gerade einfach das Bild im Kopf, wie der Nachtschwärmer sich mit seinem schwarzen, fetten, hittigen Arsch... ...auf mein Hauptquartier setzt. So. Ich benötige diese Fee dort oben. So. Äh. Ich bin so genial. Grah. Was sind die hier? Was macht die denn alle hier oben, ihr Penner? Könnt ihr mal da sein? Ich will Truppenbewegungen auf dem Gamepad dirigieren können. Ohne Scheiß jetzt. Ich mein, Kenji hatte mal erwähnt, dass es, dass es so'n, dass es so'n, äh... ... äh... ...Warrior's Tactics Game gab. Ähm. ...eben aus diesem Grund. Wir haben, wir haben... ...ich hab mich da schon mal drüber aufgeregt. Ich weiß es. Ich hab mich da schon sehr oft drüber aufgeregt. Aber... ... was ist das Shit, man? Was wollt ihr denn? Jungs... ...nee, nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Das ist hier kaputt, jetzt. Kommandant, my ass, dass ich nicht lache. Schmock! Schmock! Wo willst du denn hin? Deine ganze Truppe dahinter, hier. Ach so, bedroh mich doch ruhig. Halt das, gib Ruhe, Handy. Was ist da los? Ja, ich komm ja gleich. Glaubst du, ich hab irgendwie noch Angst vor, vor irgendeinem kleineren Rang, oder wat? Kostüm, hallo, Bronze-Schiad. Das reicht doch, Hirahim, dem Fürsten der perfektionierten Finsternis. So, das ist jetzt hier kaputt. Ach so. Und mein Gamepad schreit auch noch nach Strom. Sag mal, heute wollen sie mich auch irgendwie echt alle wirken. So. Hey. Dann halt doch noch die Festung da oben. Cause of Locking und so. Wie sieht man auch gerade hier aus? Das hat sich bestimmt regeneriert, oder? Ah, okay. Ach so. Also, charge ahead. Wird nicht viel Gleiten, Sir. Nein, wird geleiten. Der Lappen, benutzt den Fahrstuhl wie jeder andere auch, du behinderter Penner. Geraim ist in Wahrheit nur ein Paar. Ganz bestimmt. Weiß nicht. Nein. Wah. Hi. Hier sind meine Truppen mir auch schon wieder zuvor gekommen. Vielleicht soll ich einfach mehr auf meine Truppen hören. Vielleicht sind die einfach intelligent statt stark. Nein. White Cut. Okay. Gut. Darf ich mal. Schön. Also. Fucking headquarters. Yay. Yay. So. Mach auf den Scheiß. High five. Damage. Nicht schlecht. Back. Back. So. Flick. Boom. Das. Ging schnell. Wow. Okay. 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 Overkill. Overkill. Cool. Oh, richtig. Monster. Ganz vergessen. Na gut. Let's do this. Gut oder nicht, komm schon. Ich stelle meine Armee weg. Das ist kein Problem. Wir lösen das durch das Recht des einzigen starken Kriegers. Schmock. Guck mal her. Guck mal her. Guck mal her. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Was ist los, ne? Guck mal her. Komm mit mir, Bro. Kein Problem, Mann. Bohoho. Destiny-Bong. Ich schieb dir das alles right up your ass, Mann. Next. Hold up. Okay. Na, 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 na. Was ist das? Ja, ihr seid so genial, Jungs. Haut ihn doch einfach. Stellt euch nicht hin. Guckt doof. Haut ihn einfach. Los, haut ihn. Na? Yay. Versiegelung. Durch. Naja, das Black Master Sword. Aber egal. Ja, und... Ja, wie es aussieht... ...dürfen wir das dreimal machen, weil wir noch nicht 250 sind. Fuck that. Ja. Kick sie einfach. Gott, Mann. Ist das Banane. Also, ernsthaft. Die Jungs machen ja überhaupt nichts. Als Statisten. Destiny-Bong. Boom. So. Du blöder Lappen. Na, da hörst du auf. Hi, Volga. Volga, hey, das ist cool, Bro. Hm? Hattelah. Hm? Glocke? Nee. Gucken einfach mal kurz, ne? Ne? Wir warten erstmal ab, was er macht. Gute Strategie. Pass schon. Ist gut. Ist klar. Aber irgendwie bin ich nicht so der relaxte Typ wie du, Volga. Ist nicht. Also, der kalte, blütige Drachen wird da, Volga. Ja. Der ist, der ist cool. Der lässt sich einfach nie aus der Fassung bringen, Mann. Niemals. Seht ihr, wie cool er da steht? Mir gibt ja einfach keinen Kick auf den Verband. Ich finde, der kommt ja voll okay. Alles gut. Hey. Brofist. Chill dein Leben, Mann. Okay. Cool. Niemand noch Stress mit mir. Nein. Easy. Weißt du? Meine Ahnung. Kira hier drängt hier rum. Voll Hummel im Hintern. Die anderen sind so halb gechillt. Denen ist das egal. Die lassen uns an sich ran. Ist cool. Okay. Mach schon. Das war lästig. Das war lästig. Oh ja. Das war lästig. Das ist Olga, der kaltblütige Drachenritter. Gerät so lange aus der Fassung. Aber er verliert sie nicht. Absolut kein Problem. Können wir das mit einem Mal hin? Komm schon. Was denke ich denn? Was denke ich denn? Damn Defense. Damn Defense. Alles cool bei dir, Volga? Easy. Locker, locker, locker. Ja. Wir gucken hier mal eben so. Wir machen das ganz entspannt. Wir gucken hier einfach easy zu. Ich hab irgendwie hier das... Heil, Volga, auch ganz ohne Probleme. Ja, 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 ja. So, los, meine kleinen Freaks. Mann, geht kaputt jetzt. Volga wurde vom Verband. Ich hab den gerade erst geheilt. Ich hab den gerade erst geheilt, die nicht. Also wenn der Pyroma gewesen wäre, ne? Dann hätte ich mich jetzt sehr aufgegriffen. Du, wie nutzlos. Ja, also ohne Scheiß, ne? Also wenn mein Kollege jetzt, der, der nicht fliehen darf, Pyroma hier, ne? Nicht speziell Pyroma, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Also wenn der Kollege jetzt hier die ganze Zeit rumgestanden hätte und sich verhauen lassen hätte, dann wäre ich aber sehr, sehr sauer gewesen. Das wäre sehr uncool gewesen. Und du halt die Fresse. Nur weil du schlau genug warst, im Hauptquartier stehen zu bleiben. Im Gegensatz zu, äh, Highroller Mojo kaltblütigen Drachenritter Volga. Ist okay, man. Right up, grass. Ein Hemd! Alles für ein Hemd! Ich weiß nicht, welches es ist. Ich ahne. Ich ahne. Und es wird creepy. Ach, Schmerz, lass nach. Ich muss echt aufhören, mit meinen Fingern zu knacken. Aber es ist so eine lästige Angewohnheit. Ihr kennt das, oder? Ach, so. Und heute buchstabieren wir mal für euch. A, B und C. Ist doch voll geil, oder? Das ist unter aller Sau. Schrott. Mobitz. Näh. 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 Gucken wir uns das Kostümchen noch an. Ihr kennt das alles. Ich, äh, will den Part nicht ganz so lang werden lassen. Und ihr wisst, wie es läuft. Ihr könnt gerne liken, abonnieren und kommentieren. Und teilen auch. Ähm. Oder mir erzählen, was ich als nächstes auf dieser Schattenkarte tun soll. Denn so langsam sind wir mit der oberen Region ja fertig. Des Weiteren könnt ihr natürlich gerne noch die anderen Projekte auf YouTube begutachten, die wir auf unseren wunderbaren Kanal stellen. Solche wie, äh, die von Kojinator und Malek. Und ich bin gespannt. Ja! Es ist seine Second Form aus dem Spiel. Die schwarzen Arme sind ganz okay, so. Und es ist immer noch besser als dieses Stützstrumpf-Ding. So, keine Ahnung, die Strumpf... Seine... Ne. So, ganz in schwarz ist zwar ganz cool, aber... Die Karos, die sehen auch einfach dann so übertrieben nach... Strumpfhose-Weiblich-Dings aus, wenn es, wenn es, wenn es reversed ist. So, also ich finde, also ich finde ihn ganz okay. Ich denke mal, ich werde ihn ab und zu mal spielen. Trotz, dass er wirklich dieses... Keine Ahnung, ich... Ich werde... Nein. So, okay Leute. Bis zum nächsten Mal, denn... Like out!